Das Alpentour TV Programm im Jänner. Wir blicken zurück. Hallen Radsport WM in Dornbirn. Eine Radsportart setzte sich in den Mittelpunkt. Wir haben die Latte für die Weltmeisterschaften wieder eine Stufe höher gelegt. Team Felbermayr mit kleinem Kader zu großen Erfolgen. Unser Ziel war es, die Fahrer auf eine korrekte Weise zu entlohnen. Das heißt, dass sie auch sozialversichert, Umfeldversichert, Pensionsversichert, alles, wo versichert sind. Team Vorarlberg. Die Kofler seit 20 Jahren im Geschäft. Wir haben 1999 im kleinen Kämmerhirn begonnen. Mountainbike. Trotz Weltmeister zu wenig beachtet. Es ist natürlich schon schade, dass Mountainbiken eher im Schatten da sein, dahin lebt. Und Radsmarathon. Wahre Helden und gepfuschte Erfolge. Und ich denke jetzt auch ein Sieg für den sauberen Sport, was ich hier geleistet habe. Alpentour TV. Ab 7. Jänner online bei www.alpentour.tv und www.radstars.at. K finale. Radsmarathon. K finale. Kade. KG.